Musik In Fürstenfeld wurde die Stadthalle mit zahlreichen Gästen feierlich eröffnet. Nach zweijähriger Sanierung erstrahlt das Veranstaltungszentrum wieder in neuem Glanz. Musik Ja, heute ist wirklich ein Festtag für Fürstenfeld und ich bin wahrlich sehr stolz auf unsere Fürstenfelder Firmen, die das durchaus großartig hingebracht haben, diesen neuen Treif hier in Fürstenfeld, dass man den wiederfindet und es ist heute ein Freudentag für mich. Bei den Renovierungsarbeiten wurden bisher 1,2 Millionen Euro investiert. Unter anderem in die Barrierefreiheit, in ein neues Verkehrs- und Parkkonzept und in den neu gestalteten Eingangsbereich. Die Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt. Wir haben ein großartiges Projekt umgesetzt, wo wir Ökologisierung gemacht haben. Wir haben viele neue Stadtbäume gesetzt, Sträucherhecken. Wir haben die Asphaltflächen entsiegelt, mehr Parkplätze dadurch geschaffen. Und wir haben eine E-Ladestation errichtet, wo man grünen, umweltfreundlichen Strom auch tanken kann. Die Halle ist knapp 40 Jahre alt und wir haben uns zum Ziel gemacht für die nächste Zeit hier in der Stadthalle. Und die Stadthalle Fürstenfeld ist ein wichtiges Zentrum, neue Akzente zu setzen. Und es ist gut gelungen und wir haben eine mutige Freude dabei. Ein besonderer Blickfang ist die neu gestaltete Fassade mit stimmungsvollem Lichtkonzept. Wir wollten die Stadthalle wirklich modern in die neue Zeit bringen. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Klaus Richter haben wir doch zwei Jahre daran geplant und haben den Eingangsbereich wirklich sehr stylisch und modern gestaltet. Und ein Highlight ist natürlich diese Fassadenbeleuchtung, die in verschiedenen Farbnuancen gesteuert werden kann. Und da freuen wir uns schon, zum Beispiel bei den nächsten Basketballspielen, dass wir die Farben der verschiedenen Clubs auch darstellen können an der Fassade. Bei der offiziellen Eröffnung war die Freude groß, denn die frisch sanierte Stadthalle steht nun wieder als regionales Zentrum für verschiedenste Veranstaltungen zur Verfügung. Ja, Fürstenfeld nimmt eine Zentrumsfunktion ein. Und uns war bewusst, wir müssen da den nächsten Schritt gehen und wieder mit der Zeit einfach hier zu investieren. Und wir haben vor, in den nächsten Jahren insgesamt fünf Millionen zu investieren. Und der erste Schritt ist gemacht. Wir haben uns entschlossen, bei laufenden Betrieben es zu machen und auf mehreren Etappen. Ein leuchtendes Zentrum der Region, die neue Stadthalle in Fürstenfeld.